Ja, es gibt Neuigkeiten in Sachen Kompakt schon wieder. Und zwar habe ich da jetzt einige Informationen bekommen über die Begründung des BMI zum Kompaktverbot. Da wollen wir heute ein bisschen drüber babbeln. Ein Willkommen zu diesem neuen Video hier. Alex Brust bin ich, Rechtsanwalt aus Mainz. Mit neuem Kamerawinkel, der aber noch nicht ganz passt. Man sieht hier hinten immer noch diese Säule da. Das gefällt mir noch nicht. Aber dafür habe ich dieses Farbenproblem hinbekommen. Man sieht die grüne Dose, mein grünes Sakko, keine schwarze Effekte mehr. Das ist auch was Schönes. Also machen wir erst mal so weiter und gucken dann, wie es sich entwickelt. Ich suche trotzdem noch ein anderes Stativ. Irgendwie gefällt mir das auch nicht so. Also die Begründung des BMI liegt vor, womit die dieses Kompaktverbot der beiden GmbHs, wenn wir uns ausführlich damit befassen, begründet haben. Das Ganze habe ich im LTO gelesen. Den Artikel verlinke ich euch unten. Könnt ihr selber lesen. Ich will es nur mal kurz zusammenfassen. Und zusammenfassend sagt LTO hier, das Magazin Kompakt werde gezielt als Sprachrohr für verfassungsfeindliche Ziele verwendet. Bisher war es ja so gewesen, dass das Bundesinnenministerium es nur gegenüber der Presse irgendwie begründet hatte und die amtliche Begründung bislang noch unter Verschluss war. Also im Bundesanzeiger war zwar auch schon das grundsätzliche Verbot dahinterlegt, aber da fehlt diese komplette Begründung. Die muss ja auch nicht drin sein, weil sie war eben nicht da. Also anders habe ich es nicht gemeint. Und mittlerweile hat LTO wohl dieses 79-seitige Dokument mit der Begründung. Bislang, also bis zum Vollzug des Verbots, war es als VS eingestuft. Also VS nur für den Dienstgebrauch. Das ist so eine Vertraulichkeitsstufe. Und aus dem Dokument ergibt sich auch, dass Informationen aus geheimdienstlicher Arbeit des Verfassungsschutzes damit eingeflossen sind. Also die hängen da schon länger dran, ermitteln da schon länger. Und das war jetzt die Krönung des Ganzen. Also Bundesinnenministerium stützt sich darauf, das Magazin und seine Publikationen richten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Ja, das ist dann der Fall des 9 Absatz 2 Grundgesetzes. 9 regelt quasi die Freiheit, sich in Vereinigungen, Vereinen und sowas zusammenzuschließen. Und 9 Absatz 2 sagt dann eben, dass solche Vereinigungen, deren Zwecke entweder Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen verfassungsmäßige Ordnung oder Gedanken der Völkerverständigung richten, dass die verboten sind. Und dann kommen verschiedene Belege, warum KOMPAKT hier die verfassungsmäßige Ordnung ablehnt oder eben sich gegen diese verfassungsmäßige Ordnung ausspricht. Und dafür haben die eine Vielzahl von Zitaten aus verschiedenen KOMPAKT-Beiträgen vorgelegt. Und sagen eben, dass das Magazin ein völkisch-nationalistisches Gesellschaftskonzept vertritt. In dem Zwischen in den Beiträgen anhalten zwischen nur Passdeutschen mit Migrationshintergrund und Biodeutschen unterschieden wäre. Holla, holla, das ist wieder ein Vokabular, meine Güte. Und als eines dieser Belege lese ich hier bei LTO für das BMI etwa eine Aussage von Chefredakteur Jürgen Elsässer. Da geht es um einen Beitrag aus der November-Ausgabe. Das führen die da an. Und er sagt über den grünen Chef Omid Nouripour, da hat er wohl gesagt, dieser sei auch kein Sachse oder kein Schwabe, sondern ich glaube, er ist Pakistani oder irgendwas. Ja, das ist natürlich Herr Elsässer, ne? Also BMI begründet das dann so, dass KOMPAKT damit Menschen, die nicht dem rechtsextremen Bild echter Deutscher entsprechen, als Gefahr für die deutsche Bevölkerung eben hier dargestellt wird. Geben dann weitere in ihrer Begründung an, dass das Magazin damit nähert, die sogenannte sehr verbreitete Rechteverschwörungserzählung eines sogenannten großen Austausches, ja, der Great Exchange. Und dann gibt es zahlreiche Belege dafür, dass KOMPAKT auch eine antisemitische Erzählung hier verbreitet, nämlich bezüglich des sogenannten Finanzjudentums, also eine sogenannte globale jüdische Finanzelite, die da alles steuert. Ja, das werfen die denen wohl auch vor. Und dann sagt das BMI auch, das hatte ich in meinem langen Video zu der Thematik auch gesagt, man braucht ja so eine kämpferisch-aggressive Haltung gegen die demokratische Ordnung oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Und das sagen die eben, ist bei KOMPAKT erfüllt, denn die würden auch so eine aggressiv-kämpferische Haltung einnehmen. Denn bei KOMPAKT handelt es sich eben nicht, so sagen die, um einzelne Entgleisungen. Die sagen eben weiterhin, für die Bejahung einer solchen kämpferisch-aggressiven Haltung genügt es, dass der Verein seine und verfassungsfeindlichen Ziele auch in die Tat umsetzen will. KOMPAKT selbst, so das BMI, schlägt wohl auch eine Lösung für dieses selbsterklärte Problem des Bevölkerungsaustausches vor. KOMPAKT hat da wohl auch einen Begriff aus der Nazi-Zeit verwendet, die sogenannte Umvolkung. Und zwar soll die Lösung für KOMPAKT wohl in diesem Vorschlag des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner liegen, die sogenannte propagierte Remigration. Und Sellner selbst durfte wohl dieses Konzept in einer Videoserie auch darstellen und auch in verschiedenen Textbeiträgen. War es? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das ist unfassbar. Und dieses Programm hat wohl, so sagt das hier LTO auch erklärtermaßen, nicht assimilierte Staatsbürger im Fokus, die dann für Deutschland eben ein großes Problem darstellen würden. KOMPAKT schreibt auch von De-Islamisierung, Dominanz, eigene Kultur, deutsche Leitkultur, patriotische Massenbewegung. Und man wünscht sich, gut, das weiß nun jeder, der KOMPAKT mal gesehen hat, die AfD eben an die Macht. Und erreichen wollen die das ja. Diese Begriffe habe ich auch schon gehört. Wenn ich mal, ich bin ja immer wieder bei KOMPAKT gewesen, habe mich dann jedes Mal furchtbar aufgeregt. Aber ich mache es halt auch zu Recherchezwecken, hatte ja auch schon mal Videos über die gemacht und sowas. Und da ist immer mal der Begriff gefallen, der Abwahl der Herrschenden. Und die neue Regierung, so steht das dann hier, die soll dann massenhaft abschieben und dafür ein Remigrationsministerium schaffen. Das ist ein Vokabular, da kommt einem fast die Galle hoch, muss ich ehrlich sagen. Also wir sprechen über 79 Seiten, gell? Ich ziehe hier nur ein paar Sachen raus, die hier in diesem Artikel stehen, um euch ein bisschen up to date zu halten. Es gibt dann wohl Aussagen von KOMPAKT-Verantwortlichen, die auch angeben, die aktuelle Regierung stürzen zu wollen. Es geht nicht nur um Aussagen in Beiträgen und Artikeln und so weiter oder in YouTube-Videos, sondern es geht auch um zahlreiche Verbindungen wohl zu rechtsextremistischen Einzelpersonen und Organisationen. Sehr enge Verbindungen auch zu der Bewegung von Herrn Sellner. Man ist wohl auch auf Leserbriefe eingegangen, wo KOMPAKT hier wohl von seinen Ideologien da überzeugen will. Also auch darauf ist man eingegangen. Was aber nicht drin ist, will ich auch nicht verschweigen. Es gibt jetzt keinen Nachweis dafür, dass dieser gewünschte Umsturz auf undemokratischen Wege, also etwa mit Gewalt oder sowas, erfolgen soll. Das nicht. Was aber nach Auffassung des PMI, und das entspricht auch meiner Rechtsauffassung hier bei dieser Thematik, auch nicht wesentlich ist, dass du das mit Gewalt tust. Es reicht diese aggressiv-kämpferische Haltung. Und auch eben, dass ein solcher Verein oder hier diese GmbHs diese Ziele auch in die Tat umsetzen wollen. Das würde ausreichen. Und weil diese verbotenen Gesellschaften, also die zwei GmbHs, wir hatten uns damit befasst, die eben das Magazin an sich und den TV-Kanal betreiben, vertreiben, und die bekämpfen eben nach Auffassung des Bundesinnenministeriums aggressiv verfassungsmäßige Ordnung, ja, und deshalb verbieten sie die nach dem Vereinsgesetz. Ja, also die Voraussetzungen sind da. Ich meine, ich habe jetzt natürlich wieder nur nicht die eigenständige Begründung, aber LTO schreibt eben auszugsweise, was sie an Begründungen da eben haben. Die haben es ja komplett. Und da sind schon sehr deutliche Sachen drin. Also wer Bock hat, bitte unten lesen, zu LTO gehen und sich das mal anschauen. Diese Thematik hat man uns ja auch schon mit befasst. Das greift natürlich jetzt in die Vereinsfreiheit, Vereinigungsfreiheit ein und natürlich auch in die Meinungspressefreiheit. Und dass es da natürlich verschiedene Schranken gibt und Abwägungen und sowas, das wird wohl hier unter Berufung auf Rechtsprechung des Bundesverfassungs- und Bundesverwaltungsgerichts in diesem 79-seitigen Papier eher knapp behandelt. Und da heißt in dem Papier unter anderem, die anderen Grundrechte müssen zwar Berücksichtigung finden und dürfen nicht unterlaufen werden, aber sie werden laut BMI nicht zum selbstständigen Prüfungsmaßstab. Und hier ist ein Zitat, wohl aus diesem 79-seitigen Papier, soweit Betätigung dem Schutzbereich weiterer Grundrechte tangieren, gilt üblicherweise der Grundsatz, dass die Eingriffe auch an diesen Grundrechten zu messen sind. Etwas anderes gilt jedoch für Vereinsverbote. Denn auch wenn weitere Grundrechte betroffen sind, muss ich ein Vereinsverbot in erster Linie an der nach Artikel 9 Absatz 1 speziell geschützten Vereinigungsfreiheit messen. Und die stellen eben darauf ab, denn auch im Artikel 5 ist natürlich innerhalb der Schranken die allgemeinen Gesetze genannt. Und die sagen eben, das Vereinsgesetz ist eben ein solch allgemeines Gesetz. Also dadurch kann man in Meinungs- und Pressefreiheit eingreifen. Das ist unterm Strich sicher richtig. Trotzdem wird es da dann eine Abwägung natürlich im späteren Gerichtsverfahren, also ich prognostiziere, dass das kommt, da wird es dann auch eine solche Abwägung natürlich geben. Und das Bundesinnenministerium macht wohl noch einen weiteren interessanten Punkt auf. Die sagen nämlich, sie zweifeln an, dass sich Kompakt überhaupt auf die Pressefreiheit berufen kann, sondern sie sagen, Kompakt missbraucht die Pressefreiheit viel mehr. Sie missbrauchen ihre Medienerzeugnisse gezielt als Sprache, um ihre verfassungsfeindlichen Zielsetzungen, Reichweiten stark zu verbreiten. Und dann kommt ein Zitat von Herrn Elsässer. Ich lese das auch mal vor. Und auch noch ein wichtiger Unterschied zu anderen Medien. Wir wollen dieses Regime stürzen. Wir machen keine Zeitung, indem wir uns hinter dem warmen Ofen oder den Computer verziehen und irgendwelche Texte wie eine Laubsägearbeit auf den Markt bringen, sondern das Ziel ist der Sturz des Regimes. Das sind jetzt diese blöden Worte. Und nur wenn man das Ziel vor Augen hat, kann man auch entsprechende Texte schreiben. Ich lade sie ein, den Weg, den wir gehen wollen, zu begleiten und zu unterstützen. Ja, das ist so typisch populistische Bananensprache irgendwie. Regime stürzen, Sturz des Regimes. Ja, also ihr hört schon raus. Also jeder, es gibt keinen Beitrag. Und ich habe wirklich ein paar von den Videos auf Kompakt gesehen. Es gibt keinen Beitrag, wo ich nicht ausgerastet bin. Es gibt keinen. Es sind immer die gleichen Sachen drin. Immer die gleichen Sachen. Es ist natürlich pro Russisch irgendwie. Es ist auch pro Trump. Und es ist, in den Schwimmbädern ist alles so schlimm. Und dies und jenes. Und Ausländer. Und ja, also ich weiß nicht. Es ist wirklich ein Graus, das zu gucken. Aber ich habe es dann doch ab und zu mal gemacht. Ja, ich weiß auch nicht warum. Aber zum Einschlafen ist das nichts. Da habe ich gleich mich viel zu sehr aufgeregt darüber. Und ein, zweimal hatte ich, glaube ich, das auch in dem Video dann verwendet, wenn da besonders blöde Sprüche irgendwie drin waren. BMI sagt auch, Meinungspresse und Rundfunkfreiheit hätten dort zurückzutreten, wo sie ausschließlich der Verwirklichung verbotswidriger Vereinszwecke dienen. Ja, das ist eine Auffassung. Das kann nicht auf jeden Fall mitgehen. Ist aber auch dann wieder eine Frage der Abwägung. Stützen Sie sich auf ein Urteil. Bundesverwaltungsgericht hier aus dem Januar 2022. Da ging es um ein Verbot einer Teilorganisation der verbotenen PKK. Verhältnismäßigkeitsprüfungen sagen die, beziehen Sie sich auf Bundesverwaltungsgericht, sei hier nicht erforderlich bei Vereinsverboten. Vielmehr werden die frohen Anforderungen im Rahmen der tatbestandsmäßigen Prüfung bereits berücksichtigt. Ja, also es gibt natürlich trotzdem die vielbesprochene Abwägung hier zwischen den verschiedenen Rechtspositionen. Da kommt man auch nicht drumherum aus meiner Sicht. Aber interessant, dass Sie sagen, Verhältnismäßigkeitsprüfung findet nicht statt, argumentieren dann aber auf der anderen Seite, natürlich ist es trotzdem das mildeste Mittel zu ergreifen. Machen Sie es dann natürlich leicht, weil Sie sagen, mildere Mittel gegenüber einem Totalverbot ist nicht ersichtlich. Ja, müsste man darüber nachdenken. Mildere Mittel, ja gut, man könnte Ihnen untersagen, bestimmte Dinge zu tun, aber wie willst du das praktisch umsetzen? Du kannst ja nicht jeden Artikel vorher lesen oder denen dann bestimmte Auflagen machen. Ihr dürft nur das und das schreiben. Das wäre ja genauso ein Eingriff dann in Pressefreiheit oder sowas. Also von daher, wir erinnern uns aber auch an die Auffassung von Herrn Werder Mann, von dieser Gesellschaft für Freiheitsrechte. Der hatte ja auf dieses EMRK-Urteil hingewiesen, wo mehrere türkische Tageszeitungen verboten wurden und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dieses Verbot dann aufgehoben. Aber zu dieser Thematik EMRK findet sich wohl, sagt LTO hier in dieser Begründung, nichts. Ja, also soweit ist das. Ist schon mal interessant. Hier steht aber unten auch ausdrücklich ein Hinweis, dass Sie den Artikel laufend aktualisieren und da immer neue Sachen dazukommen. Also die sind da anscheinend auch noch nicht ganz durch mit der Prüfung oder was weiß ich was. Aber trotzdem interessant, ich verlinke das unten. Ja, dann sind wir ein bisschen up to date. Also, LTO und ich weiß nicht wem noch, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, liegt auf jeden Fall diese Begründung vor. Wahrscheinlich grassiert sie dann auch irgendwann komplett durchs Internet. Okay, wir bleiben am Ball, würde ich sagen, oder? Also, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.